Hitler has only got one ball, Göring has two, but very small. Hitler has something similar, a core of the balls, a core of the balls at all. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Und dafür müsste man ihn an die Wand stellen! A core of the balls, a core of the balls at all. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR